Hey Leute, mein Name ist Philipp. Herzlich Willkommen bei einem neuen Video von mir. Ja, wie ihr seht, ich bin wieder unterwegs. Meine Winter-Tracking-Tour und somit, ja, willkommen bei einem neuen Abenteuer. Das wird somit Abstand die geilste Tour, die ich je gemacht habe, habe ich so das Gefühl. Weil, schaut euch das mal an. Ziemlich geil. Alles voll mit Schnee. Und das soll halt auch noch mehr schneiden. Ich habe mir auch sicherheitshalber ein paar Schneeschuhe mitgenommen. Ja, denn ich denke mal, desto weiter ich Kurort-Oberwiesenthal komme, desto mehr Schnee liegt dann. Ja, wird geil. So langsam friert mein Bart halt auch ein bisschen ein. Ja, ich bin kurz vorm Karleberg, glaube ich, heißt das. Und ja, ist schon mal eine feine Sache. Also übelst geil. Es ist alles total benebelt. Und die Bäume sind richtig, ich sag mal, eingefroren. Guck dir das mal an hier. Die Eiskulturen. Einfach so grenzgenial. Atembrommend schön. So, mir wurde eben von den Einheimischen gesagt, dass es heute Abend so wahrscheinlich Okan-Böden gibt mit noch mehr Schnee. Also war doch ganz gut, dass ich die Schneeschuhe mit eingepackt habe oder mitgenommen habe. Ja, ich hoffe es. Ich hoffe es. So, und zusätzlich, ich versuche immer, alle zwei Tage in einem Video zu packen. Ja, also heute Morgen ein Video und dann sind wir so weiter. Genau. Mal gucken, wie weit ich morgen komme. Ich bin mal gespannt. So, ich habe die nächste Ortschaft oder Dorf erreicht, möchte ich mal meinen. Stehen ein paar kleine Häuser rum. Das ist da hinten mal an. Das ist einfach alles dicht. Das ist so ein schöner Fichtenwald da hinten. Und heilige Scheiße, das ist geil. So, ich kann jetzt nicht genau rausgehen, weil es sehr, sehr windig geworden ist. Ich bin ja auf einer sehr freien Fläche. Es geht hier gleich hier links rein. Und ja, aber es sieht ja schon sehr idyllisch aus hier, diese kleine Ortschaft. Ja, bei der Kälte spackt nämlich sehr, sehr schnell meine GoPro rum, habe ich das Gefühl. Ich will nicht das Gefühl, sondern es ist so. Und ja, deshalb kann ich euch das leider nicht zeigen. Aber ich hoffe, der Ausblick reicht durch. Ja. So, also eben ging das ganz gut bergauf. War ich ein bisschen erschöpft, muss ich sagen. Aber jetzt kann ich wieder echt gut, ja, Strecke machen auf jeden Fall. Ich hoffe, dass so langsam eine gute Schutz in Aufsicht ist. So, ich hoffe, ihr könnt mich sehen. Auf jeden Fall, kleines Fazit. Es stürmt richtig dolle. Und ja, ich suche immer noch vergeblich nach einem Schlafplatz. Ich bin jetzt in Rechendings Bienenbühle. Irgendwie sowas. Und ja, jetzt weiß ich noch nicht genau, was ich machen soll. Und ja, ich meine, mir tut zwar alles weh, so ein bisschen. Aber ja, gucken, ob ich noch eine Schutzhütte finde. Oder erst mal eine Bushaltestelle oder irgendwas, dass ich da so ein bisschen windgeschützt bin. So, wunderschönen guten Morgen, Leute. Ich habe die Nacht übrigens in einer Bushaltestelle verbracht in Rechenberg. Bienenbühle. Und ja, es hat die ganze Nacht einfach durchgeschneidt. War schon ziemlich geil. Aber ja, wie soll ich sagen. Jetzt ist es natürlich ein bisschen anstrengender. Ich werde heute auch nicht ganz so viele Kilometer machen. Heide, ich weiße, wie die Bäume hier auch über dem Kammweg ragen. Was war das denn? Oh, mein Schnee hat sich geöffnet. Vor allem wie die Bäume hier auch über dem Kammweg, also über meinen Wanderweg ragen. Alles so verschneit und so vereist. Witzgeil. Das ist normal eine kleine Wiese, aber man sieht nichts. Das ist einfach so ein Nebel jetzt. Ich glaube, es schneit auch ein kleines bisschen. Oder es sind die Reste, die von den Bäumen runterkommen. Ich fürchte, hier jetzt schon etwas zerstört aus. Aber tue ich mir für solche Anblicke halt auch gerne an. Geil. Man kann anhand der Sträucher und der Bäume hier erkennen, wie hart der Wind gestern einfach war. Guck dir das mal an. Alles ist eingefroren. Geil. So, das Feuer brinnt jetzt auf jeden Fall schon mal. Ich werde jetzt aber sicherheitshalber nochmal einen kleinen Grillanzünder besorgen. Ich hoffe, mein Reis wird in der Zeit nicht kalt. Wäre echt fies. Hier gibt es nämlich übelst fieses Harz. Ja, da oben zum Beispiel. Das war alles gefroren, aber guck dir jetzt an. Das brennt dann super. Aber ihr wisst, was ich meine. Soll ich euch mal zeigen, dass Wanderleben ist? Das. So, ich bin gerade dabei, ein bisschen Schnee zu schmelzen. Sollte man es vielleicht nicht machen, aber ich habe ehrlich gesagt keine andere Wahl, weil ich kaum noch Trinkwasser habe. Deshalb habe ich beschlossen, ein bisschen Schnee zu schmelzen. Meine Blase sagt nie, nicht. Alter, trink mal was. Das ist nicht gut. So, und ich würde tatsächlich auch ganz gerne mal irgendwie einen Fichtennadentee probieren. Mal gucken, wie das schmeckte. Ja. Und das schneit gerade wieder. Ich weiß zwar nicht, ob wir das sehen können mit dem Schnee, aber stimmt. So ein bisschen, ja. Ja, schon fett aus. So hier vorne ist die Schutzhütte. Und hier das Lagerfeuerchen. Ja, hat schon ein bisschen Wasser gezogen, das Ding, wa? Sehr gut. Ihr könnt das noch erkennen. Dafür habe ich da ein paar Fichtennadeln reingepackt, weil ich mal testen wollte, wie das schmeckt. Kann man ja machen. Boah. So ein Fichtennadentee ist ja schon eine feine Sache, habe ich gehört. Und soll sehr viel Vitamin C enthalten. Ja. Ich probiere das mal. Ihr seid dabei. So, ich hoffe, ihr könnt mich gut erkennen. Ich habe hier jetzt auf jeden Fall den Tee fertig. Und, ja, probieren wir mal. Ja, eine feine Sache. Schmeckt so ein bisschen nach geschlagene Fichte. Also wie bei einem Holzeinschlag und dann liegen da auf dem Haufen die ganzen Fichten rum. So schmeckt das. Also ich schirmte hier zwar noch andere Kramen drin rum. Weiß nicht, ob ihr das seht. Aber, ja, schon mal eine feine Sache. So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich denke mal, ich schneide den dritten Teil noch mit ran, weil ich ja am ersten Tag nicht so viel machen konnte. Ja, deshalb, ich würde sagen, weiter geht's. Tag 3, Kambik Edition. Und ich befinde mich auf der alten Poststraße. Okay. Ähm, Richtung Zeyda. Ich glaube, ich spreche man das aus. Oder Zeyda vielleicht. Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall, alte Poststraße. Und ich würde sagen, auf geht's. So, ich schaue euch das mal an hier. Mega geil. Es wird gestern ab noch ein bisschen weiter geschneit. Nicht doll, aber schon ganz gut, möchte ich meinen. In diesen gestern Löchen mit einem Quad oder so noch gefahren ist. Ohne Spaß. Gucke ich mal an, wie heftig die Fichten sich hier tummeln. Wie viel eingeschnallt das auch alles ist. Heilige Scheiß. Ich liebe das so sehr, ne. Ich liebe das so sehr, ne. So, Leute. Ich fühle mich hier wie in einer Eiswüste. Äh, irgendwie gefühlt. Rägliches Leben ist ausgelöscht. Ich bin einziger Überlebender oder so. Und, äh. Ja. Guck mir das mal an. Man sieht hier nichts. Das ist so cool. Ein paar Bäume hier immer so zwischendurch. Aber so. Eiswüste. Alter, Vater. So, ich bin wieder auf dem Kammweg zurück. Und ich habe hier eine unglaublich geile Aussicht. Einen ziemlich coolen, äh, Schlafplatz. Aber ich finde es noch ein bisschen früh. Aber für die Aussicht morgen, ich glaube, ich werde die pennen, alter. Das ist so geil und die Schutzhütte. Ist auch nicht schlecht. Kann man sogar verschließen. Also, was heißt verschließen, kann man schließen halt ganz normal. Kann ich euch gleich nochmal zeigen. So, hier kam ich letztes Jahr entlang. Ähm, eben bin ich von hier gekommen, weil ich halt noch ein Seida war. Ganz komischer Name für einen Ort. Und jetzt die Aussicht. Obergeil. Wie geil ist das? Kommen wir irgendwo rauf? Ja, aber... Heilige Scheiße. Mega geil. So, jetzt nochmal vom Berg direkt aus. Ich hoffe, ihr könnt das alles gut erkennen. Ist ziemlich cool. Herrlich. Schön, hier zu sein auf jeden Fall. Morgen geht es dann nach der Händensee Show und Kammweg Schild. Geht es dann hinten weiter. Denn hier wahrscheinlich so am Zaun entlang und dann in die Stadt. Ähm, ja, feine Sache. So, ich zeige euch jetzt hier mal die Schutzhütte. Ja, reicht doch aus, oder? Möchte ich meinen. Auf jeden Fall. Es riecht zwar hier nach alten Menschen, aber... Ja, gut, das soll's. Der Ausblick und das alles ist schon eine feine Sache. Und schaut euch das mal an. Es hat sich hier schon wieder so schnell zugezogen, ne? Unglaublich. Ich bin gerade dabei. Also ich bin gerade dabei, ein bisschen Feuerholz zu sammeln. Ich habe jetzt eben schon ein bisschen was aus dem Wald geholt. So lässt sich doch leben. Wir haben fix eine Brühe gemacht mit zwei Würstchen drin. Das lasse ich jetzt mal ein bisschen abkühlen. Hier brennt noch... Oh, das brennt aber ganz gut. Gut, das Feuerchen. Ich mache mir gerade ein paar warme Füße. Ja. So lässt sich leben. Ganz ehrlich. Will ich das jetzt so wie sie jeden Tag habe. Aber kann natürlich nicht jeden Tag so laufen, wie man das möchte. So wie am Tag 1 mit dem Orkan und so weiter. Na ja. Ich glaube, abends mal was warmes oder was... Also was warmes zu trinken oder zu essen, beziehungsweise halt was warmes zu trinken, ist halt schon sehr, sehr gut für die Seele beim Wandern. Man hat schon einen kleinen Motivationsschub, erst recht, wenn es halt so kalt ist. Wie haben wir jetzt so wie minus 3 oder minus 4 Grad nachts oder so. Das ist schon ordentlich. Ja, deshalb... Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber ich habe mir immer so eine Gemüsebrühe mit eingepackt und ein Würstchen oder zwei Würstchen. Eins davon habe ich schon gegessen. Und ja, genau. So, einen wunderschönen guten Morgen. Ja, Tag 4. Und... Ich gehe doch mal wieder rein, sonst bin ich nicht. Und ja, das war die erste Folge von der Camvik Edition. Ich habe meinen Schlagplatz hier mal wieder aufgeräumt. Na, aber die Isomatte muss ich noch am Rucksack befestigen und so. Und ja, Leute. Ich hoffe, euch hat das erste Video gefallen. Und lasst euch ein Like da und ein Abo und so weiter.